Musik Herr Professor Kotrischal, aus Ihrer Expertenzicht gesehen, warum ist es so wichtig, dass mehr Orte geschaffen werden, wo Hunde sich frei und ohne Leine bewegen können? Naja, solche Auslaufzonen sind natürlich Begegnungsorte, wo Hunde mit anderen Kontakt aufnehmen können und sich auch richtig einordnen können, also das richtige Verhalten lernen. Wenn es die nicht gibt, dann besteht die Gefahr, dass sozusagen die Hunde nicht wirklich das adäquate Sozialverhalten kriegen und darum ist es wichtig, dass man Auslaufzonen hat. Von manchen Unverträglichkeiten, die es immer gibt, aber solche Zonen durchaus städten netter Begegnung auch zwischen Menschen. Das heißt, das ist einfach eine Sozialisierungszone, die braucht es. Könnte man nicht sagen, die Hundehalter sollen ihre Hunde in ihrem eigenen Garten frei laufen lassen? Der eigene Garten ist überhaupt nicht so ideal, weil erstens treffen die Hunde dort keine anderen Hunde, also lernen die sozialen Begegnungen nicht, wie man sich da verhält. Zweitens tendieren Besitzer mit Garten oft dazu, den Hund viel zu sehr im Garten zu haben und zu wenig mit ihm zu unternehmen. Hunde sind darauf angewiesen, also dass sie ein gutes Team zu ihren Besitzern bildet, darauf angewiesen, dass man jeden Tag was mit ihm unternimmt und Hundeauslaufzonen sind da wichtig. Außerdem tendieren Hunde dazu, den eigenen Garten natürlich als Territorium zu bewachen, auch gegen andere Hunde. Es ist also genau eigentlich das Gegenteil einer Hundeauslaufzone, die ja sozusagen neutrale Begegnungszone ist. Das gehört ja keinem der dort anwesenden Hunde. Kann man sagen, dass die Hunde das für ihre Wesensentwicklung auch brauchen, solche Auslaufzonen? Sicher, vernünftige Besitzer gehen mit ihren Hunden sowieso auch in Welpenspielgruppen, aber später dann, besonders wenn zu viel Leinen und Maulkorbzwang ist, vereinzeln dann die Hunde, sind dann nur mehr mit ihren Besitzern zusammen und tendieren dazu etwas seltsam zu werden. Und dagegen hilft eben die Hundeauslaufzone, wo sie auch andere Hunde zum Spielen finden. Viele Hunde spielen sehr gerne und die brauchen das regelmäßig. Und ist es nicht gefährlich, wenn Hunde ohne Leine und Maulkorb frei laufen? Gibt es da nicht ständig drauf herein? Im Regelfall überhaupt nicht. Also wenn man die Auslaufzonen, die es zum Beispiel in Wien gibt, so sich ansieht, dann sieht man ganz, ganz selten irgendeine aggressive Geschichte. Oder mein Gott, Sie brauchen ja nur für große Hundeausstellungen gehen. Da sind 5000 Hunde auf einem Platz und was sehen Sie? Nichts. Also die Hunde können das gut einschätzen, die können sich darauf einstellen, die Gefahr ist minimal. Und wenn ein Hund dabei sein sollte, der dazu neigt, die anderen zu überfallen, dann weiß das der Besitzer und der muss einen Vorkehrungen treffen. Sie halten es also für eine gute Idee, dass man Platz für Hunde schafft, wo sie sich frei bewegen können? Ja natürlich. Hundeauslaufzonen, Platz für Hunde, überhaupt Zonen, wo Besitzer mit Hunden ohne Leine auch was tun können, sind ja auch, sind nicht nur gut für Hunde und Besitzer, sind ja auch Zeichen an die Gesellschaft, dass auch Hunde und ihre Besitzer Rechte haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Hunde unsere ältersten Kumpan-Tiere sind. Die ganze Kulturevolution des Menschen hat in Begleitung der Hunde stattgefunden. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Menschenrecht auf Hundehaltung. Das heißt, es ist auch den Nicht-Hundebesitzern und der Gesellschaft zuzumuten, entsprechend etwas für Hunde und Hundebesitzer zu tun und nicht immer nur umgekehrt. Alles zusammengenommen kann man diese Initiative zur Schaffung für mehr Raum für die Hunde, mehr Hundeauslaufzonen nur unterstützen. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe dafür und eigentlich keinen Grund dagegen. Daher bitte ich Sie, diese Petition auch zu unterschreiben.